Heute ist es kalt, es war die warme Kleidung. Schönen Dank an die Meister, die uns bekleiden. Es gibt zwei Welten, in denen wir leben, jeder von uns. Die eine Welt ist die allgemeine und sie ist jetzt tot. Aber sie lebt noch. Weil wir glauben an diese Welt. Den einzigen Glauben, den wir haben, an diese Welt, geht mir nach. Und die eigene Welt, die zweite Welt, die echt lebendige Welt, der Salz wir hier sind, sie ist auch da. Wir fühlen sie, aber die anderen können sie nicht fühlen, weil wir nicht selbst an sie glauben. Die anderen fühlen nur das, an was wir selbst glauben. Und wenn wir an diese Welt glauben, die tot ist, dann fühlen das die anderen auch. Weil sie auch in diese Welt glauben. Aber wenn man an die eigene Welt glaubt und wirklich an sie glaubt, sie in den Vordergrund stellt.